Wenn Lärm nicht vermeidbar ist, wird Schallschutz zur Pflicht. Denn Lärm ist eines der größten Umwelt- und Gesundheitsprobleme. PhoneStar heißt unsere Lösung. Die umweltfreundliche Schalldämmplatte aus den natürlichen Grundmaterialien Sand und Holz. Für Privat und Gewerbe. Die Schalldämmplatte ist für den Innenausbau an Boden, Wand und Decke universell geeignet. Mit einer 15 mm dicken PhoneStar-Platte erreichen Sie eine Trittschalldämmung von bis zu 80% und eine Luftschalldämmung von bis zu 36 dB. PhoneStar-Schalldämmplatten sind schlank im Aufbau, einfach zu verarbeiten und absolut preiswert. Sie werden Stoß an Stoß am Boden verlegt oder an die Wand geschraubt bzw. gedübelt. Als Verkleidung kommen Gipskartonplatten an der Wand oder beliebige Beläge am Boden zum Einsatz. Für die zusätzliche perfekte Raumheizung sorgt PowerFloor exklusiv. Die erste Fußbodenheizung mit integrierter PhoneStar-Schalldämmung. Zwei Lösungen in einem System. Flächenheizung und Schallschutz. Wenn es um Schallschutz geht, PhoneStar. Von Schallschutz. Halte estar�ant und Schallschutz.